Die Vögel singen am Himmel und der Ball rollt ganz langsam in Richtung des Loches Finde ich nicht witzig Lasst uns anklopfen und uns einen haarigen Freund suchen Ein like ist gleich ich rede auch mit kleinen kindern und tieren wie mit einem volltrottel rotzi rotzi steht sinnbildlich für die rotz community rotzi es klingt immer so aus ob ich übrigens das mikrofon spucken würde wenn ich den namen vorlese rotzi wir haben einen hund in die rotz community aufgenommen das ist ein guter zeitpunkt ihnen das kommando sitz beizubringen ja das heißt safe nicht sitzen koten weil zum koten setzt man sich hin jeder der im stehen abwischt ehrenlos ich will mit dem dog ja auch reich werden wir gewinnen preise im hindernis rennen im 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 dressieren alles gut bei dir wie soll es mir gehen schau mich an ich bin eine wandelnde mülltonne wir haben nichts zu essen und nichts zu trinken und ich glaube was zu waschen habe ich auch nicht ich bin schon das ein oder andere mal in das ein oder andere häufchen getreten du machst jetzt zum vierten mal achi wie findest du rotzi auch sehr süßes gesicht hat also ich meine natürlich das herrchen er hat alles getan was ich gesagt habe ich ich liebe rotzi 100 euro preisgeld ich wusste auch dass es cash gibt denn er bringt brot nach hause brot nach hause Bild her Me... Metzome... Ähm 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 Ha 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 Ehm wir sind keine tricks mehr eingefallen die ich noch machen kann jawoll 9... 69 Ehm heehe So wir sind an der ersten interessanten stelle Und es ist ein Geschenk! Ein Geschenk! Yes! Okay, was ist es? Ein Hundefoto. Ein Foto. Lasst uns nachschauen, ob es einen Shiba Inu gibt, der uns gefällt. Dann holen wir jetzt einfach diesen hellen Shiba Inu nach Hause und nennen ihn Alina. Da habe ich schon zwei Weibchen daheim. Holy shit. Damit meine ich nicht Geschlechtsverkehr. Oh, die Rotz-Community kuschelt mit Alina. Und Rotzi schnüffelt Alina gerade am Arsch. Oh, nicht schlecht! Nicht schlecht! Attacke! Süßes, sonst gibt's Saures. Leute, die lieben sich? Ich dachte, das wäre ein Kämpferhund. Nee, komm ver... Oh, what? Hier sind zwei andere Hunde, willst du mich verarschen? Hui. Ey! Wir haben den Part ganz simpel damit begonnen, dass wir unsere Dogs natürlich gefüttert, gedürstet. Sprachen lernen. Gedürstet ist kein richtiges Wort. Wiggler. Wiggler. Nein! 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 What? What? Wie kommt... Reicht das, um weiterzukommen? No way! Zweiter sind wir geworden. Das ist voll okay. Das ist... Ich dachte, das wäre eine übelste Demütigung. Gott, ich liebe dich! Es ist kein Geschenk! Schon wieder kein Geschenk beim nächsten Fragezeichen! Bitte! Vier Ereignisse, vier Hunde! Weird. Oh, das hündische Drama wird von Ted Rumsworth und Archie Hubs kommentiert. Ja, Mann, wir reden von uns selber in der dritten Person. Ja, wir sind ziemlich cool. Ja, ja. Wahrscheinlich. Welchen Eindruck hast du? Naja, die Nase scheint sehr feucht zu sein. Wie was anderes. Ich bin Meister der zweideutigen Witze. Deckenlampe. Digga! Was war das für ein Move? Was war das? Haut rein, euer Hybi.